Herzlich Willkommen in der Praxis für Selbsterfahrung und Ergotherapie von Anna Gabris Korzen in Bünsdorf. Mein Ziel ist es, Sie bewusst an Ihre menschlichen Ressourcen zu bringen, um diese im Alltag optimal zu nutzen. Ich helfe Ihnen beim Transformieren angestauter Energie und begleite Sie als Therapeut, Coach, Trainer und Freund auf Ihrem Weg. Lernen Sie wieder, Ihrer inneren Stimme zu vertrauen. Rufen Sie mich für einen individuellen Termin an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017